Am Wochenende kommt es auf einer voraussichtlich ganz großen Stadtversammlung eben zur Wahl der OB-Kandidatin. Es war ja erst mal noch offen gehalten, wie viele bei den Grünen sich hierfür tatsächlich interessieren werden. Bis Ende Januar hätte man sich da melden können. Es gibt jetzt mich als Kandidatin, was mich natürlich auch sehr freut. Und die offizielle Wahl durch meine Partei steht noch aus und das passiert jetzt am Samstag. Selbstverständlich versuchen wir und können hier auch ganz optimistisch sein, den Schwung aus der Landtagswahl über die Europawahl in die Kommunalwahl zu tragen. Das heißt, unser Kommunalwahlkampf wird sehr stark in die Richtung gehen, dass wir mit dem ganz offensichtlichen Ergebnis rechnen können, dass wir hier zulegen werden in den Bezirksausschüssen, im Stadtrat und eben auch, was das persönliche Ergebnis der OB-Kandidatin angeht. Ich glaube, ich verkörpere ganz, ganz gut das, was diese erfolgreiche Stadt braucht. Ich wäre eine soziale orientierte, eine ökologisch orientierte und eine ganz weltoffene Oberbürgermeisterin. Und genau das ist ja das, wie wir München auch zukünftig haben möchten. Die großen Themen in dieser Stadt, das ist der Wohnungsbau, das sind die bezahlbaren Mieten und das sind unsere Verkehrsprobleme hier in der Stadt. Darum wird keine Partei herumkommen. Wir Grüne haben hier sehr, sehr gute Konzepte, mit denen ich vorne rangehen will. Nichtsdestotrotz bin ich die Kandidatin der Grünen. Das heißt hier einfach auch den Umweltschutz, den Naturschutz und die Sorge, um unsere Flächen in der Stadt ganz prominent zu setzen. Ich glaube, das trifft den Nerv vieler Münchnerinnen und Münchner, die ja auch möchten, dass ihre Stadt lebenswert bleibt. Ich würde dafür sorgen, dass es in dieser Stadt neben der ganzen zentralen Ausrichtung unseres öffentlich-privaten Nahverkehrs eben auch Tangentialen gibt, sodass auch Leute vom Stadtrand einfach gut in verschiedene Richtungen kommen können, ohne dass sie immer über die Innenstadt müssen. Denn das ist ja ganz oft überhaupt nicht der richtige Weg für die. Das Gute ist ja, wenn wir als Münchnerinnen und Münchner versuchen, in eine richtige Verkehrswende zu kommen. Wenn wir versuchen, hier umzusteuern und die anderen Verkehrsmittel neben dem Auto zum Erstarken zu bringen, dann haben auch die wieder mehr Raum auf der Straße, die sich von der Fahrt mit dem eigenen Auto nicht abbringen lassen möchten. Von daher sehe ich das überhaupt als kein Gegeneinander, sondern ich sehe das als starkes Miteinander, wenn man die Verkehrsmittel stärkt, die weniger Platz verbrauchen. Wir haben ja schon häufig dargelegt, dass wir uns eine autoarme Altstadt an dieser Stelle ganz, ganz gut vorstellen können. Wir sehen das als großen Gewinn an Lebensqualität für uns Münchnerinnen und Münchner, für die Touristen, die hier sind und auch für die Handelstreibenden. Wir glauben, dass das eine ganz schöne Idee wäre und in diese Richtung würden wir sehr gerne gehen. Was einfach diskutiert wird und was wirklich jeder kennt, ist das Tal. Das Tal ist für uns so ein Beispiel, wo man sich die Lebensqualität wirklich vorstellen kann. Wie wäre es, wenn hier eben nicht mehr so viele Autos fahren würden? Wir reden hier selbstverständlich nicht über Rettungsdienste oder eben auch über den Lieferverkehr. Aber hier, wenn Sie sich vorstellen, man könnte flanieren, so wie man das in der Sendlinger Straße schon kann, das ist doch wirklich ein ganz, ganz schönes Bild. Aufs finalement, wir schauen zusammen, dass die Flüchtlinge principles wird, wenn wir hier aber zwar auch durchlaufen, ist das Kind, ja nicht ein Video schade. Wir schauen aber auf jeden Fall dazu. Vielen Dank.